Heute schön, Tag und heute mal ein kleines ein kleines Video Ich bin ja hier mit Ouna und sowas und ich hätt hier auch mitgetrapp bei diesen Server Ich hab die normale Welt von Minecraft gefunden und da die Bäume, Berge und die Aufgrundstücke Und ja Leute, ich sag euch heute mal so ein ganz kleines Einleitungsvideo das ihr euch mal entscheiden könnt, ob ihr wirklich Minecraft könnt, wie ich jetzt weiterspiele einfach mal und ja, wenn ihr auf diesen Server kommt, dann seht ihr hier, manche sind schon gegangen und manche sind halt nicht Guck dir jetzt mal anpacken Guck dir jetzt mal anpacken Alter, guck dir jetzt mal an Was geht das hier? Ja Ja Ja, das ist hier drüben drüber, ne Habe ich schon wieder früher mitbekommen Ja Leute, dabei kommt mal ich möchte einfach eure Hüse hinten hinlauen und wenn ihr auch was braucht meldet euch einfach bei mir dann kriegt ihr irgendwie so DIA-Blöcke oder andere Sachen und ja und ja Architekt Architekt Könnt ihr oben da auch Architekt Bandung oder Hüse oder Kicken und ja und ja und ja und ja und ja und ja tschau aber you bis zum nächsten Mal Was wollt ihr noch sagen? Vielleicht Und abonniert mich Und abont und abonniert ihn Max und das schnisch hd und ja und jo tschau Vielen Dank.